Was ist das Riesenrad? Für mich lieber das Riesenrad. Da hat man gute Aussicht, man sieht das ganze Gelände. Wenn es schönes Wetter ist wie heute, sieht man bis zu den Bergen, bis ins ganze Mittelland, bis zum Jura. Also viel lieber Riesenrad. Nein, gar nicht. Mit Rieseninsekten. Es hat genug andere Sachen. Lieber anders, ja. Unbedingt shoppen. Es hat eben auch so viele Sachen. Jeder findet etwas. Und so eine Erinnerung an Bea, ein Teil pro Jahr, muss ich schon haben. Lieber Säule. Die kommen viel weniger. Die sind ja immer versteckt, wenn man sie streicheln im Streichelzoo. Von daher, wenn man die Möglichkeit hat, lieber Säule. Die Geissen kann man von selber.